Diese Woche im Produktcheck eine herrenaktiv Sporthose von Brühl in den Farben Grau, Schwarz und Marine. Wir checken sie auf Qualität, Funktionalität und Kundenbewertungen. Personalshop-Chefeinkäufer Armin Nowakowski wählt die Ware nach strengsten Qualitätskriterien aus. Für uns im Einkauf ist Produktqualität ganz besonders wichtig. Wir achten darauf, dass die Produkte, die wir anbieten, ganz besonders langlebig sind. Schließlich sollen unsere Kunden lange Freude daran haben. Produkttester Valentin ist Fachmann für hochwertige Freizeit- und Outdoor-Bekleidung. Bevor die Produkte in den Personalshop-Filialen und im Onlineshop landen, unterzieht Valentin sie einer strengen Kontrolle. Mit ausgeklügelten Testverfahren prüfe ich heute die Aktivsporthose auf Herz und Nieren. Und was sofort auffällt ist, dass der Schnitt sehr stylisch ist und die Hose eigentlich wie eine klassische Jeans wirkt. Aber die extreme Leichtigkeit und die unglaubliche Flexibilität lassen vermuten, dass da mehr dahinter steckt. Unsere Sporthose hat eine spezielle Webstruktur. Die soll nicht nur stabil, sondern auch atmungsaktiv sein und das können wir hier in dieser Teststation testen. Dazu spannen wir ein Teil des Gewebes ein und Luft wird von oben durch das Gewebe gedrückt. Und dieser Test sagt uns, dass bei einem Prüfdruck von 200 Pascal, da haben wir eine Luftdurchlässigkeit von 27,4 Liter pro Quadratdezimeter pro Minute. Dieser Wert ist ausgezeichnet, der Test ist bestanden. Durch Wandern und Sport ist die Aktivhose gleichmäßiger und intensiver Belastung ausgesetzt. Mit dem Abrasionstestverfahren, das hier schon circa fünf Stunden läuft, können wir testen, ob das Material stabil ist. Wir kontrollieren. Ja, ich bin begeistert. Trotz der Stretch-Funktion gibt es keine Abnützungserscheinungen zu erkennen. Ein wahres Hightech-Kleidungsstück. Beim Funktionalitätscheck schicken wir Valentin auf eine Wanderung nach Baden-Württemberg in den Schwarzwald. Wir wollen sehen, ob die Hose auch gemütlich ist und das Material dem Wasser und Schmutz standhält. Die Hose ist wirklich unglaublich leicht und angenehm zu tragen und schränkt mich absolut in keiner Bewegung ein. Also sie ist wirklich optimal geeignet, zum Beispiel Klettern zu gehen oder auch einfach nur ganz normal zu wandern. Was mir auch besonders gut gefällt an dieser Hose ist, sie sieht auch einer normalen Jeans ähnlich. Also sie ist nicht nur für Autoaktivitäten geeignet, sondern auch für den normalen Alltag, also quasi ein Allrounder. Auch die Reflektoren sind sehr wichtig in der Nacht auf beiden Seiten, links und rechts, damit man in der Nacht gut sichtbar ist. Die Aktiv-Sporthose ist also der perfekte Begleiter für alle Aktivitäten. Und wie sieht es aus, wenn es einmal nass oder schmutzig wird? Um das herauszufinden, werde ich jetzt durch dieses hohe Gras gehen, das noch vom Morgentau leicht feucht ist und wir werden ja nachher sehen, ob die Hose mich vor der Feuchtigkeit schützt oder nicht. Wie man sehen kann, dank der Nanotech-Beschichtung kann ich die Tropfen einfach abstreifen und sie perlen von der Hose quasi ab. Die Haut und der Stoff bleiben trocken, also innen spüre ich wirklich keine Feuchtigkeit. Und das Gewebe hält vor allem auch. Ich bin ja durch Gestrüpp gegangen, aber es ist keine Verletzung des Gewebes zu erkennen. Zweiter Test, auch bestanden. Als Produkttester ist mir natürlich auch die Meinung der Kundinnen und Kunden sehr wichtig und das schauen wir uns jetzt an. Da schreibt zum Beispiel jemand, anziehen und sich sofort darin wohlfühlen. absolute Lieblingshose, tolle Allround-Hose. Mein persönliches Fazit ist, die Aktivsport-Hose von Brühl ist eine Sensation zu einem sensationellen Preis. Valentin will die Hose gar nicht mehr ausziehen. Personalshop beweist auch dieses Mal wieder Markenartikel zu Bestpreisen.